Karl Dietrich Roth war ein Schweizer Dichter, Grafiker und intermedial arbeitender Aktions- und Objektkünstler deutscher Abstammung. Er gilt als Vertreter der konkreten Poesie. Als Künstler signierte er zeitweise als Dieter Roth mit frei erfundenen anderen Namen und einfach als Dieter Roth. Leben Roth nahm in den 1960er Jahren an Happenings- und Fluxusveranstaltungen teil. Er schuf Kunstobjekte aus organischem Material, die einem Prozess der allmählichen Veränderung und des Zerfalls unterlagen. Unter anderem luftdicht abgeschlossene Gewürz- und Schimmelobjekte und Schokoladeobjekte, die von Schokoladenmotten zerfressen wurden. Zusammen mit Daniel Sperry und Andre Tompkins fertigte er Werke der It-Art an. In den 1970er Jahren gestaltete er inhaltlich und grafisch eine Vielzahl von Buchobjekten, die dem dadaistischen Werk Kurt Schwitters nahestehen. Seine bewegte Lebensgeschichte führte den 1930 in Hannover geborenen Auslandsschweizer aus dem nationalsozialistischen Deutschland zunächst nach Zürich und später nach Bern. Dort ging er von 1947 bis 1951 bei dem Grafiker Friedrich Wüthrich in die Lehre. 1955 entwarf er in Kopenhagen Muster für Textilien, dann folgten Stationen in Island, Amerika und Deutschland. Von da an pendelte Ruth Zeit seines Lebens zwischen Island, wo er zusammen mit dem isländischen Poeten Einabragi den Verlag Vorlag Editions gründete, der einige Werke Ruths veröffentlichte, sowie Deutschland und der Schweiz. Mit einem One-Way-Ticket begab er sich 1958 auf eine Waage Stellenzusage hin nach Philadelphia an die School of Art. Als er die erhoffte Stelle nicht erhielt, versuchte er in New York Fuß zu fassen. Aus der finanziellen Not half ihm der Schweizer Herbert Matter, der sich für die damaligen konstruktivistischen Arbeiten Roths interessierte und ihm einen Lehrauftrag an der Yale University vermittelte, sowie später eine Stelle in der Reklameabteilung der Geige-Versuchslaboratorien in Yonkers bei New York. Mühsam, weil er aus Frustration über seine Situation häufig den Lohn vertrang, sparte Ruth Geld für einen Rückflug nach Island. 1967 lernte er Dorothy Ionwan kennen, die seine Lebensgefährtin wurde und für die er, sozusagen, die Rolle einer männlichen Muse übernahm. Für Ionwan schrieb Ruth zahlreiche Gedichte, sie malte ihn vielfach unter anderem in den künstlerischen Verarbeitungen des gemeinsamen Alltags. Bei späteren Aufenthalten in New York lernte er die Fluxuskünstler kennen, komponierte mit ihnen, kritisierte aber ihre Moral. Ich glaube eben nicht daran, dass die Askese irgendjemandem gut tut, außer dass sie einen Triumph darstellt, derer, die sie üben. In den 1960er Jahren forcierte er seine künstlerische Produktion, erschuf zuweilen einhundert Bilder am Tag. Mit Literaturwürsten und Schimmelbildern brach er von den zwei Dimensionen der Grafik in die Räumlichkeit auf. Richard Hamilton wurde durch die Literaturwürste auf Ruth aufmerksam und schlug ihn für den Kopleypreis vor. Mit Hamilton begann so eine jahrelange Freundschaft, in deren Verlauf gemeinsame Bilder und Interviews entstanden. Die Zusammenarbeit war für Hamilton eine Qual, da Ruth viel schneller arbeitete und Hamiltons Anspruch an das fertige Werk hörbar. Wenn er vorsichtig irgendwo angefangen hatte, sagte ich, das ist schon fertig, das ist gut. 2006 erschien Minus nach einem Konzept des Künstlers und Musikers Wolfgang Müller in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk Minus eine Compilation. Auf welcher Interpreten wie Mausenmaß, Andreas Dora oder Stereo-Total-Texte von Roth vertonen, Roth war zweimal Documenta-Teilnehmer. 1968 auf der vierte Dokumenta und Postum auf der Dokumenta 11 im Jahr 2002. Werke, Hauptwerke, Gartenskulptur, sechs Piccadillis, Körtelkanickel, 1969, 1975, Hasenmist und Stroh, 18 pro 19 cm, Dieter Roth Foundation, Hamburg. Georg Hegel, Werke in 20 Bänden, Tischruine, Abbildung der Installation auf der Dokumenta 2007, Solos 10, Skulptur mit Schokoladenhasen, Fett, Schokolade, Kunststoff. Punkt. Gesammelte Interviews. Die 2002 posthum erschienen in gesammelten Interviews vermitteln den Eindruck, dass Roth das Interview als eine eigene Kunstform auffasst, der er einen hohen Stellenwert einräumt. Zu seinen Lebzeiten beauftragte er Barbara Wien mit der Recherche nach Tonbandaufzeichnungen und der Herausgabe aller Gespräche, die er mit Künstlern, Freunden und Journalisten geführt hatte. Er bestand darauf, möglichst nichts zu streichen, damit der Unsinn nicht verloren gehe. Dieser Unsinn umfasst die journalistisch nicht verwertbaren Aufnahmen und Nebenbedingungen. Zum Beispiel das deutsche eingefärbte Schweizerdeutsch, das Roth kurz vor seinem Tode in einem 13-stündigen Interview mit Patrick Freyspricht. Sowie Unterbrechungen durch Stockende, Tonbänder oder Kabelsalat. Roth stellt sich in den 36 Interviews als vom Ehrgeiz zerfressener Mensch dar, der sich beständig an Vorbildern abarbeitet. Die er als Gegner empfindet, früh habe er die Vorteile des Scheiterns an den eigenen Ansprüchen erkannt, weil ich mich gemerkt habe. Ich kann diese Sicherheit nicht erwerben. Die Sicherheit sich zu erhalten ist viel schwieriger als in der Unsicherheit zu leben. In der Unsicherheit kann man alles machen, was du willst, schmieren, pissen, quatschen und auch Kitsch machen. Ich kann mich in die Unruhe und die Unsicherheit hineinbegeben und dort fühle ich mich eigentlich sicher, weil ich merke, dass ich davon leben kann, die Offenheit Roths in den Gesprächen frappiert. Er nutzt Interviews als gemeinsame Unterhaltungsmusik, bei der er Material aus Leben und Werk vorträgt. Mit Dieter Schwarz, der sich schon früh in seiner Zürcher Dissertation mit dem literarischen Werk Roths beschäftigt hat, führt der Künstler ein Fortsetzungsinterview, von dem elf Teile im Hotel erschienen. Das umfangreichste Interview des Bandes führte die Journalistin Irmelin Leber-Hausmann an mehreren Tagen 1976 und 1979 mit dem Künstler über sein. Bis dato entstand Ennis Werk. Roth betont ihr gegenüber, dass seine Malerei der Finanzierung von Büchern diene. Sie sei nicht so wichtig, wie die Schriftstellerei oder sagen wir mal, das Nachdenken. Und das Sätze bilden. Roth war ein rastloser Tagebuchschreiber, von denen er zwei bis drei parallel führte. Aus ihnen schöpfte er Ideen zum Beispiel für die scheiße Gedichte, die er in elf Büchern veröffentlichte, oder für die Bastelnovellen. In ihnen ist die Typografie der eigentliche Held. Roth spricht von Wörtern als billigen Bildern und gibt zu erkennen, dass er keine neue Wortkunst im Sinn hat. Ihn treibe vielmehr die Kritik an allem, was sein Bewusstsein bedroht. Im Alter von 67 Jahre korrigierte Roth die Dissertation von Dirk Dobke in diesem Sinn. Fein merkt er an, wenn typische Galerie-Katalogwörter wie Assemblage und Mischtechnik den Blick auf seine Arbeit verstellen. Roth ist vor allem dann sprachkritisch eingestellt, wenn er sich verletzt fühlt. Diese Verletzung transformiert er in abstrakte Überlegungen, die dann mit dem eigenen Empfinden kurzgeschlossen werden. Wenn jemand über etwas nachdenkt, ist es doch eigentlich nur so, wie wenn er Vokabular gewinnen will. Wie eine Miene, die ausgebeutet werden muss. Mein Leben gibt mir Vokabular, mit dem ich andere Leute erfolgreich bekämpfen kann. Bücher Ideogramme 1959 Mund und Kolumb 1967 Die Blaue Flut 1967 246 Little Clouds Zeitschrift für alles Gesammelte Interviews Postum herausgegeben von Barbara Wien Mit einem Nachwort von Barbara Wien und einem Text von Thomas Schmidt Edition Hans-Jörg Mayer, London, Berlin 2002 Dieter Roth in Merica, London 2004 Dieter Roth in Greenland, Amsterdam 2005 Da drinnen vor dem Auge Lyrik und Prosa, hrsg, von Jan-Fans Bietkeusch, Johannes Ullmayr, Björn Roth Frankfurt 2005 Gesammelte Werke in 20 Bänden Mit Co-Autoren Daniel Spurry Anekdoten zu einer Topografie des Zufall Nautilus Hamburg 1998 Dieter Roth Frühe Schriften und typische Scheiße Ausgewählt und mit einem Haufen Teil verdautes von Oswald Wiener 1200 TXX der Unternummer 125 bei der Sammlung Luchterhand 1973 erschienen in ersten Auflage 1975 Form einstampfen bewahrt und in Zusatzumschlag herausgegeben von Edition Hans-Jörg Mayer, Stuttgart, London Ray Javich, C. E. Shannon, John McCarthy Studien zur Theorie der Automaten Erweiterte Ausgabe und Übersetzung durch Franz Kaltenbeck und Peter Weibel Mitzeichnungen von Dieter Roth Ruckner und Bernhard München 1974 Ausstellungen 1984 Von hier aus zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf 2001 Dieter Roth Die Haut der Welt plus einige andere Dinge Museu da Contemporane di Barcelona Barcelona 2003 Rothzeit eine Dieter Roth Retrospektive Schaulager Basel 2004 Rotzeit eine Dieter Roth Retrospektive Museum Ludwig Köln 2005 14. Mai 21. August Trenn-Rayjavik-Art Museum 2006 Martin Kippenberger Dieter Roth Hauser und M. Witt, Witt, London 2007 2008 Dill, Arnulf Reiner Dieter Roth Misch- und Trennkunst Gemeinschaftsarbeiten und Einzelwerke 1968 bis 2005 Deichtörhallen, Hamburg 2009 2009 2010 Dieter Roth Originale Multiples Objekte Andornmeier, Genf 2010 Dieter Roth Das Tränenmeer Kunsthalle Luzern 2010 2011 Multiples Werke von Josef Beuys und Dieter Roth Schloss Gottorf 19. September 2010 bis 15. Mai 2011 2011 Dieter Roth Selbste 19. August 6. November 2011 Agauer Kunsthaus Arrau 2012 Dieter Roth Selbste 3. März 24. Juni 2012 Museum Der Moderne Salzburg 2013 2014 Dieter Roth Paffert und die 70er Jahre Städtische Galerie Via Zandersbergisch Gladbach 2014 Dieter Roth Balle Balle Knalle 13. Dezember 2014 12. April 2015 Kunstmuseum Stuttgart 2016 Dieter Roth Schöne Scheiße Dilettantische Meisterwerke 21. Mai 28. August 2016 Museum Ostwall im Dortmunder U Dortmund Werke in Sammlungen Belgien Städelik Museum vor aktuell Kunst Gent Dänemark Musik vor Samtitz Kunst Roskilde Deutschland Neues Museum Weserburg Bremen Kunstmuseum Zelle Museum Ostwall Dortmund Karl Ernst Osthaus Museum Hagen Hamburger Kunsthalle Sprengel Museum Hannover Zentrum für Kunst Britannia Chateau 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 Giron Mac Galeries Contemporaines des Musees die Marseille Marseille Foundation Cartier Polat Contemporain Paris Center Pompidou Musee Kunsthaus Arrau, Kunstmuseum Basel, Kunstmuseum Bern, Schaulager Münchenstein bei Basel, Seedamm Kulturzentrum Pfeffikon, Kunstmuseum Solothurn, Kunsthaus Zürich, Kunsthaus Zug, Spanien Museu da Contemporane de Barcelona, USA Museum of Contemporary Art Chicago, MoMA Museum of Modern Art New York New, David Winton Bell Gallery Providence Rie, Vereinigtes Königreich Kettels Yard, Cambridge, Cambridgeshire, Tate Britain, London, CDS, Das Dieter Roth Orchester spielt kleine Wolken, typische Scheiße und nie gehörte Musik, Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk, herausgegeben und kompiliert von Wolfgang Müller und Barbara Schäfer, Gedichte von Dieter Roth aus typische Scheiße von Popmusikern vertont, Andreas Dorau, Stereo Total, Mutter, Namusch, Kahn, Gosti Tschettel, Trabant, Maus on Mars und Wolfgang Müller, München 2006. Die Eadio Sonate, 45 Minuten Dieter Roth Lühr am Klavier beim SDR in den Frühsiebzigern, 2007 bei sie die CDS Dieter Roth Estate Bürki Bürki neu aufgelegt, Hörfunk und Fernsehen, 23. Januar 1974, Richard Hamilton, The Little World of Dieter Roth, 26. November 1974, Rundschau am Abend, Statements und Auszüge, Februar 1977, Look Stop Listen, Nigel Finch, Richard Hamilton, Dieter Roth, 1. Oktober 1984, Dieter Roth, Walter Schmerling, 7. Januar 1986, Diskussionsrunde im Club, Damals war er unter Alkoholeinfluss, 1988, Dobelhofer, Hannes, der da in mir drinnen, 1995, Hannes Dobelhofer, Gespräch in Wien, 1995, 16. Juni 2006, Wolfgang Müller und Barbara Schäfer, Das Dieter Roth Orchester spielt kleine Wolken, typische Scheiße und nie gehörte Musik, 11. Dezember 2007, Florian Neuner, Selten gehörte Musikdilettantismus als Provokation, Dieter Roth.